Und ich komme wieder nicht weg, wie gesagt. Aber ich möchte doch die Vampis, die möchte ich noch machen und die sind ja heute Abend da. No speak German but hello, hello, welcome to my stream. Thanks for watching. Die Ausdauer. Na Kitty, reagierst du doch? Dann machen wir nämlich schnell die, die Zomboiden. Oh man, ich muss unbedingt die Häuser verstärken, ne? Komm her, du Dumperz. Fünf Nägel, das ist gut. Ich überlege bloß, wie ich das machen kann. Weil ich möchte nämlich das Ganze ja auch noch ein bisschen umzäunen, ne? Vor allem die Garage, habe ich mir auch schon überlegt, ob ich die überhaupt bauen sollte. Konstruktionen, warte mal. Wo war das nochmal? Hier. Parkplatz für deinen Truck und wenn du mit ihm interagierst, wird dein Truck hierher teleportiert. Perfekt für Situationen, in denen dein Fahrzeug irgendwo hängen geblieben ist. Aber das Ding ist halt riesig, ne? Oh, das kann ich ins Wasser reinbauen? Nein, kann ich nicht. So, die Frage, wenn das steht, dann ist es, dann steht's, ne? Oh, snap. Hey, good morning, sir. Also, ich habe ja auch eine Zeit gestern doch gepennt. Ich war das erste Mal um vier Uhr wach. Ah, dann erledige ich Dinge und dann lege ich mich wieder hin. Sage mal, ich bin jetzt final aus dem Bett gekrabbelt. Aber das ist für mich Urlaub. Rumgammeln. Rumgammeln? Ja, ich gammle ja auch rum. Aber ich nutze ja trotzdem die Zeit. Was will ich denn jetzt machen? Ich habe mir überlegt, wegen den Spikes genau. Und zwar... Die Dinger hier. Also, ich die vielleicht noch hier mit ans Gebäude ranzimmere. Müsste ja gehen eigentlich, ne? Weil der nächste Angriff kommt bestimmt. Und ich will nicht, dass mir die... ...dat Ding hier kaputt machen, ne? Das stört jetzt die Lampe wahrscheinlich. Die Halloween-Lamp. Das passt schon. Da habe ich die Lampe noch nicht gebaut. ...dangst... 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 Ist hier schon wieder zu kalt, oder wie? Ein Grad. So. Holzscheide, Stöcke, Seile. Ähm, Seile. Ups. Stöcke habe ich da vorn. Ja. Wie sind das bei der Lampe? Was fehlt denn da noch? Ach, da fehlt der Kürbis. Okay. Brauche ich aber schon wieder Eisen-Nuggets, ne? Oh. Moment. Oh nee, ich habe ja immer noch den Hammer einstecken. Ne, warte mal. Das ist ja egal. I only know one word in German, and that's glücklich. Das ist doch ein... It's a nice word. Glücklich, not glücklich. Glück. Genau. That's right. Glücklich. So. Zack. Äh, halt. Nimmst du den Speer in die Hand? Na, bleib da. Also ich finde, die kommen echt verdammt oft, ne? Die Kallis. So, jetzt müsste ich aber alles haben, ne? Ach ja, Holzscheide. Jetzt habe ich die da drauf. Die kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Oh. So, so schnell ist das gesammelte Holz wieder weg. Zwei brauche ich noch, ne? Gut. Damit wäre das zumindest schon mal grob abgesichert, würde ich sagen, ne? Mach die Einfahrt frei. Welche Einfahrt? Alle, die mehr als vier Stunden pro Nacht schlafen oder am Tag, der schläft für mich schon viel. Ich finde, jede Stunde Schlaf lohnt und ist nicht vergeudet. Don't worry, be happy. Also am Anfang lief Bobas vor denen weg, nur laufen die Vampis vor ihm weg. Dorfluten und du hast eine Weile Ruhe. Ja, das kann ich auch machen. Aber das ist mir jetzt halt so... Zu mühselig, warte mal. Vor allem, ich mach jetzt ja dann eh gleich Schluss. Also von daher bringt's das gar nicht jetzt da hin zur... Flitzen. Ähm, halt hier. Oh. Voll. Ich weiß gerade nicht, ob ich das alles aufheben soll hier. Es hakt schon wieder. Ich glaube, es hakt. So, ähm, Eisen Nuggets. So, da brauche ich gerade keine. So, da lehme er da. Der ist auch schon gleich wieder voll leer. Mit voll leer. Der ist voll leer, ist er gleich. Ach halt. Da kann ich doch auch gleich. Weil ich brauche jetzt halt für jeden 20 Stück, ne? Nur mal zwei mit. Manchmal rumpel ich wie besoffen da durch. So, da haue ich jetzt gleich die vier Stück rein. Ein Ersatz. Ah, und der ist ja... Der ist ja noch full. Den kann ich ja noch lassen. So, wie ist das bei dir? Du bist leer. Dann mache ich bei dir mal eins rein. Das passt schon. Das reicht. Und dann kann ich hier einfach mal so ein Vierer-Stuck als Reserve lassen. So. Weg damit. Der Hammer ist ja zur Verbesserung. Sprich, den werde ich jetzt eh brauchen. Wenn wir die alle nehmen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Drum, drum. Bäume fällen zur Straße hin. Bauber sind. I make a co-op at 5 p.m. If you want, take a look. Ich werde auch die Maschinenterrasse mit Spicks absichern. Ja, aber in der Kürze der Zeit und in der Kneppe des Materials wird es schwierig. Oder meinst du halt generell? Hauptsache mit Holz. Tja, weg sind sie, ne? Weil das Ding braucht halt 20 Eisenbrocken. Ähm, ich kann natürlich hier auch noch... Warte. Bevor ich das jetzt lang rumdrehe, mache ich es erst einmal so. Bleib unten. Oh, das eine habe ich krumm hingesetzt. Das geht gar nicht. Hauptsache mit Holz. Ja, stimmt, weil wenn einer dranhängt, das macht ja nichts. Und wenn zwei dranhängen oder drei, dann geht halt das Ding kaputt. Aber die können nicht... Die können dann nicht so schnell hier agieren. So. Ähm, Holzscheite. Seile. Oh, Mann, da brauche ich ja immer nur eins, ne? Stücke. Jetzt habe ich keine Stücke mehr, ne? Boah, jetzt reicht das echt nicht, oder? Axt raus. Oh, Mann, da passt doch hier. Ups. Ach genau, Peti, hast gelesen, die Pulsarteile bei Planet Crafter sind nur wieder herstellbar. Ne, Karolinchen, noch nicht. Ich fange morgen an, Planet Crafter aufzunehmen. Und heute, glaube ich, ist my time at Sandrock rausgekommen. Aha. Aber nicht schlecht. Habe ich gar keine Meldung gekriegt. Das war zu wenig Stock. Warte mal, schmeiß das da hin. So. Jetzt fehlt mir da echt ein Stock. Liegt hier irgendwo ein Stock rum? Dann nehmen wir halt da ein. Achso, nee, das ist ja kein Stock. Das ist Feuerholz. Lass mich raus. So. Bin ich doch schon mal so weit ganz zufrieden. Einmal kurz Tür zu, weil ich muss mich hinlegen zum Schlafen. Schauen wir mal. Ah, das ist geschickt, was du da magst. Also, ob die Arena jetzt wirklich noch so viel Sinn macht, wenn die denn dann auch an das Gebäude gehen, weiß ich natürlich nicht. Da kommt der Erste. Der hängt sich hier mit hin. Der Nächste hängt sich da hin. Noch einer. Zack. Zack. Solange ich da niemanden höre... Hm. Das ist mein Sound, her, von so vielen. Einer noch übrig? Ist es dann der, was da vorne rumschlurcht, oder... Ist das... Nee, das ist nicht der, der da vorne rumschlurcht. Das ist wieder so Einzelgänger. Na, du hast auch kein Zuhause. So, schauen wir mal, was es an Beulie gibt. Nummer 1. Ich bin nicht leer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ich wollte keinen vergessen. Alles gut. Pfeile, raus damit. Ach, obwohl, das kann ich ja auch oben rein tun. Das passt schon. Nicht die Steinpfeile. Ach. Jetzt. Zu doof. Oh, ups. Da war jetzt wieder viel. Eieiei. Okay. Zompiercer. Powerwash. Okay. Rentenmulch. Kommt da rein. Seile kommt da rein. Nägel und Schrauben. Kann ich weg tun. Halt. Bin ich jetzt wieder voll angezogen. Und ich bin innen. Werde ich wahrscheinlich gleich wieder schreien, weil ich schwitze. Ich glaube, ich stelle das wirklich um auf komplett Sommer oder sowas, weil es ist so nervig mit dem ständigen Wechsel. Hallo? Der Chat ist irgendwie angehalten. Boah, was hat keinen Bock zu lesen. Ja, es ist halt enorm viel und du schreibst über Planet Crafter und Drake Hollow und Wash, Power Wash. Und dann weiß ich nicht, ob es jetzt halt für mich dann relevant ist. Deswegen lese ich es jetzt gerade nicht. Eisenarzt rüber. Kopferarzt kann ich schmelzen. Und jetzt muss ich dann auf jeden Fall eine Pause machen, bevor Pity und ich jetzt online gehen dann, dass ich ausgeruht bin. Weil ich werde auf jeden Fall jetzt halt was essen müssen. Da komme ich nicht drum rum. Aber sonst haut es mich um. Ummer dumm. Ich finde es auch interessant, wie Bowser spielt. Anders als ich auf jeden Fall. Nicht vergessen, beim nächsten Mal die Fallen reparieren. Karalinchen hat mit Planet Crafter angefangen. Jo. Ne, ist doch in Ordnung. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit Planet Crafter mache. Morgen, glaube ich, kommt der Part 40. Das ist ja dann quasi der letzte Part von dem Livestream. Ob ich dann noch was aufnehme. Ich habe aber gar keine Zeit dazu. Weil heute Abend jetzt mit Pity Drake Hollow machen. Und morgen ist dann schon wieder so knapp an der Zeit, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe, nochmal Planet Crafter zu machen. Deswegen habe ich mich ja heute schon entschieden, ich mache Infected. Sonst hätte ich nächste Woche Montag den letzten Part gehabt. Und dann weiß ich nicht, was ab Dienstag gewesen wäre. Also das ist immer ein bisschen verzwackt. So. Ich brauche Energy. Einmal ganz kurz pennen. Dann nochmal essen. So. Ja, und dann ist es, glaube ich, jetzt sogar ganz gut. Weil dann werde ich mir nochmal Gemüse anpflanzen. Das ist nämlich etwas ganz langweiliges. Weil diese Pflanzen, die saugen das Wasser raus. Da bin ich nur noch am machen. Und ich habe jetzt mittlerweile insgesamt fünf Stück. Also mit der, die ich einstecken habe, sind es sechs Stück, die ich habe. So, dass ich dann einmal rausgehe, Schnee hole. Dann kann ich alles nachgießen und dann wieder raus und so weiter. Wann ich meinen Sohn abhole. Ich hoffe am Samstag in der Früh. Könnte aber auch sein am Freitagabend. Wo bist du denn, du Sack? Auch da hängst du. Also wenn ich ihn erst Samstag früh hole, dann kann ich natürlich Freitag auch nochmal streamen. Morgen quasi. Wenn ich ihn morgen Abend schon hole, dann natürlich nicht. Und das kann ich eben noch nicht sagen. So. Von daher, ich trage das sowieso ein, wenn ich einen Stream mache. Zwar recht knapp, aber gut. Heute Abend sehen wir uns ja auch nochmal. Was heißt heute Abend? Ab fünfe. Ab heute Nachmittag. Nein, bitte da hin. So. Dann passt alles. Jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen erst einmal Fini machen. Wunderbar. Das freut mich. Freut mich auf jeden Fall auch, dass so viele noch mit reingekommen sind jetzt im Laufe des Spiels. Und ja, ich hoffe, dass ihr heute Abend auch mit dabei seid. Pitychen und ich sind bei Drake Hollow unterwegs. Ich denke mal, so 10 Minuten, Viertelstunde werden wir schon machen. Vielleicht auch eine halbe Stunde. Mal gucken. Ja, keine Ahnung. Wollen wir sehen. Zwei Stunden sind immer geplant. Auf jeden Fall, wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Sagen wir mal so. Kennst du meinen Twitch? Alt und langsam. Wir spielen heute durch. Lieben Dank für den Stream. Bis gleich. Schönen Tag. Winke, winke. Danke für den schönen Stream. Und viel Vergnügen heute Abend. Werden wir haben. Danke, Doro. Danke an euch alle. Und von daher mache ich es heute Raid. Du willst jetzt Raiden? Okay, dann schauen wir mal. Kanal Raiden. Frau Zockersucht. Train Station Renovation. Und das war's. Willst du zu ihr Raiden? Dann mache ich jetzt das Raid zu Frau Zockersucht. Ja, mache ich einfach. So, passt. Dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und schönen Abend noch. Bis später, Pitychen. Und viel Spaß beim Raid. Ich mache jetzt das hier an. Gut. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020